Und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Tag im Supermarkt-Simulator hier bei unserem geilen kleinen Supermarkt. Ich weiß immer noch nicht, wie man das Schild da oben umbenennen kann. Das kann man doch wahrscheinlich auch noch irgendwann. Vielleicht kriegen wir das noch raus. So. Schön. Wir sind übrigens gerade live auf Twitch. Wenn ihr Lust habt, kommt doch einfach mit dazu. Hinterlasst dort ein Follow und dann werdet ihr immer automatisch benachrichtigt, wenn es hier rund geht bei uns auf dem Kanal. Und aktuell spielen wir dieses spannende Spiel Supermarkt-Simulator. Das ist ja so Action-lastig. Das ist ja... Sons of the Forest ist nix dagegen. So. Wir werden auch bald ein paar Kelvins haben, die das Lager hier einräumen, aber dafür muss ich das erst mal kaufen. Susus alle. Fast. Habe ich vergessen zu bestellen. Oh mein Gott. Und dann kaufen die das genau so. Dann wollen die alle Susu haben. Ich weiß es. Ich kenne doch meine Pappenheimer. Guten Tag. Guten Tag, der Herr. 24 ist das da? Oh ja. Oh, 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 oh. Sehr gut. 37,50. Da ja. Bitteschön. Und tschüss. Ja, schon wieder. Den haben wir schon so oft gesehen hier. Der liebt uns. Oh, danke schön. Hallo. Sie waren doch auch erst gestern hier. Hallöchen. Eins zurück. Bitteschön. Oh, dieses blöde Susu. Mal ganz ehrlich. So. Jetzt aber. Da sind wir schon. Hallo. Wahres für wahres. Äh, rares. So, bitteschön. Ja, jetzt. Dankeschön. Einen zurück daher, bitteschön. Moment, ich hole mal Susu. Oh, ich hänge immer an dieser bescheuerten Kante fest. Das ist ja uncool. Schlopp, 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 schlopp. Ich bin sofort für sie da. Moment. So. Einmal Susu hier hin. Oh. Da bin ich schon. Hallo. Da, 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 25, 50, Dankeschön. Sie auch für 16. Für die Preise würde ich doch keinen zwei Toastboote kaufen, ganz ehrlich. Aber die Kunden hier, die haben einfach genug Lack, ne? Das muss man auch ein bisschen würdigen. Indem man die Preise, hup, in den Keller schießt. Äh, nach oben schießt man nicht. Keller, Quatsch. So, Wasser, Milch haben wir noch. Eier haben wir noch. Das sieht alles gerade noch gut aus. Kaffee geht uns gerade aus. Haben wir noch irgendwo Kaffee? Ja. Moment. Lassen Sie mich mal durch. Oh, ich bin schon da. Ich bin da. Hallo. Ah. So. Entfüllen. Hui. Null. Bitte schön. Oh, die guckt so böse. Die Frau, die guckt so abgrundtief böse. Oh, 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 oh. Oh ja, Dankeschön. 38,50 für den jungen Mann. 75,50. Oh. Die sind ja nicht normal. Okay, einer geht noch. Einer geht noch rein. Was haben wir noch? Den Quatsch können wir doch hier einfach schon mal reinschmeißen, oder? Ja. Sehr schön. Wasser ist auch noch da. Ja, da haben wir noch ein bisschen was. Hallo. Zack, zack. Sechs, bitteschön. Sechs setzen. Oh, Tee müssen wir bestellen. Tee, Öl. Und die neue Lizenz. Ui, 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 ui. Da, 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 da. Hallo. Oh, sie kaufen ja gleich für eine ganze Woche ein. Oh, es gefällt mir natürlich. Dankeschön. 45,50. Ja, schon wieder. Sie kommen auffällig oft. Beobachten Sie mich. Oh. Oh, Jason ist auch wieder da. Ja, ja. Habe ich noch Nudeln? Eine Nudel habe ich noch. Eine Spaghetti macht noch keine Nudeln, ne? Denkt dran. So, da ist er schon. Da, 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 da. Dankeschön. 39, der Herr. Dankeschön. Sie auch mit Karte? Nein, sie geht wieder bar. So. Hallo. Sie auch bar. Da, da, da. Jetzt kommen sie hier alle mit bar, oder was? Was ist denn los hier? Na, also, sie sind vernünftig. So. Oh, Entschuldigung. Hätte ich sie fast beschissen. Nein, schon wieder. Ich verrutschte immer der Finger ab. Mensch. Ich will immer ein Zehner mehr. Null. Achso. Ich will immer ein Zehner mehr abkassieren. Eier, warte mal. Eier. So. Zack. Haben wir noch Käse. Käse ist auch schon wieder durch, siehste. Milch. Oh. War es doch schon, ne? Nein, hier sind noch drei Milch drin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Guten Tag. So. 2,50. Jawohl. Bitte schön. Tschüss. Aha, aha, aha. Oh, das Wasser geht alle. Oh, 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 oh. Ist ja nicht so, als hätten wir keins mehr. Gaston, ich komme. Oui, oui. Ah. Ah, hallo. Merci, chérie. Du konntest keinen schwarzen Tee. Oh Gott, der Tee ist alle. Oh. Hallo. Dankeschön. Tee bestellen. Kein schwarzen. Der hatte doch jetzt Tee. Komm, sie den Tee her. Der hat zweimal Tee und konnten nicht finden. Das muss ich auch nicht verstehen. Ei, 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 ei. Was haben wir denn hier noch drin? Oh, Susu. Einmal Susu. Zack. Die Milch ist voll. Da ist noch eine drin. Jawohl. Okay. Oh, ich bin da. Die haben ja alles leer gekauft. Ei, ei. 33. Nicht 235. Das wäre ein bisschen... Nein, auch nicht so. Ich würde sie wirklich nicht mit Absicht bescheißen. Das passiert so nebenbei. Ganz aus Versehen nur. Tag. Ein Fünfer. Dankeschön. Oh, Hallöchen. 38,50 für die Dame. Ja, ja. Community-Geschichten machen wir auch irgendwann mal. Aber das ist halt im Moment zeitlich gerade ein bisschen ungünstig bei uns. Mal gucken, ob ich da ein paar schöne Spiele finde. Ein paar lustige. Die jetzt auch für jeden erreichbar sind. Irgendwas erst mal was Billiges aus dem Internet. Irgendwie was kostenloses oder so. Da gibt es ja genug eigentlich. Aber schaut euch das mal an hier. Nun, ist ja alles alle. Der Käse ist zu teuer. Ja, Entschuldigung. Was soll ich denn machen? Der ist überhaupt nicht teuer. Der ist gut. Meckerfrau. So. Doch, doch. Doch, 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 doch. So. Null. So. Da können wir doch den Tag beenden, denn ich muss ganz viel bestellen. Eui, 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 eui. Ach, wie schön. So, jetzt geht es aber los hier. Diese Eier Wasser. Diese Eier Wasser. Käse. Wasser. Eier. So, da haben wir erstmal das. Milch nehmen wir auch noch einmal mit. Komm, einmal Milch bitte. Dann brauchen wir Susu Brot. Susu Brot. Jetzt müssen wir aber erstmal, weißt du, dass diese Maximalschwelle hier von 10, das ist aber auch ganz furchtbar. So. So, das müsste leer sein, ne? Ja. Weg damit. Noch mehr Käse, Käse. Voll, voll. Okay. Dann dahin. Dann haben wir Wasser. Ja, das lassen wir aus dem hier stehen. Ich hoffe, es fliegt keiner über den Karton. Das stellen wir hier hin. So. Fahren durch meine Waren. Hm. Leer? Ja. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen, dass man hier nichts entsorgt. So, dann haben wir Eier. Eier? Oh, bitteschön. Ich gleich mal ein bisschen was auf Vorrat kaufen, dass man hier nicht jedes Mal rumrennt wie so Erdmännchen. Das passt alles. So. Da, 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 da. Susu. Jetzt geht's los. Auch schon voll, jawohl. Es ist voll, jawohl. So, dann haben wir noch mehr Susu. Susu. Was auf, dann nehmen wir das mal so. Dann stellen wir das da oben drauf. So. Nein. Die finden den klasse. Oh, jetzt haben wir ja schon drei von diesen Dingern gekauft. Warte mal. So. So. Hat's gehustet. So, und jetzt brauchen wir, Achtung. Nudeln. Rot. Schoko-Zeug. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schoko. Rot. Nudeln. Dann brauchen wir Öl, Kaffee, Tee. Äh. Das. Tee. Und schon haben wir es wieder voll, weißt du? Alter Schwede. Ho, 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 ho. So, rein damit. Da könnte man eigentlich fast so viele Regale kaufen, dass man eigentlich für je Produkt hier ein ganzes Ding langsam nimmt. So. So. Ein bisschen Brot. So, diese Schoko-Dinger, die gehen ja auch wie wild hier. Einmal das Zeug, schön lecker mit einer frischen Milch dazu. Oh, Nudeln. Nudell aus Maxibus. Ui, 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 ui. Das ist der Einräumsimulator. Schlopp, schlopp, schlopp. Jetzt haben wir noch ein so ein Ding. Hallo. So, nochmal Nudeln. Da müsste ja eigentlich schon bald der erste Hunderter kommen, oder? Ah, Kaffee. Ja. Kaffee, Kaffee. Du lieblicher Trank. Nochmal Kaffee, jawohl. Warte mal, dann können wir den doch hier hinten hinstellen. So. Zack. Und dann stellen wir ihn hier mal oben drauf. Oh. Bababa, bababa. Oh ja, Tee. Wieder rein, komm, sei brav. Hat sich ja die eine Frau da beschwert, dass wir kein Tee mehr haben. Jetzt haben wir wieder welchen. So. Dann brauchen wir Mehl. Öl. Zack. Melus Grandus. Nehmen wir auch gleich zwei. Halt, bin ich doof. Warte mal. Was brauchen wir denn noch? Kaffee haben wir da noch? Tee haben wir da noch? Ja, wir bestellen erst mal das. Dann haben wir noch 697. Oh Gott, oh Gott. Ja, mal gucken, ob da noch eine Lizenz geht. Ich weiß noch nicht. Schauen wir mal. Zack. So, und hier haben wir Öl. Oh, Öl. Komm, zack, rein damit. Und noch einmal Öl. Da sind wir doch fast für den Tag schon gut aufgestellt, oder? Susu hätte ich was zum Nachliefern? Nö. Oder? Doch. Susu hätte ich auch da. Einmal Schokoflöckchen. Na, das ist ja jetzt auch nicht die Menge. Oder das Wasser können wir doch hier mal reinballern, oder? Den Käse. Den hauen wir mal mit hier oben rein. So. Ja. Leer. Sehr gut. Jetzt checken wir mal die Preise noch schnell. Das Öl ist nach unten gegangen. Der Käse nach oben. Das können wir so lassen. Das Öl. 492 Euro. Da mach mal 55 draus. So. Dann könnten wir doch. Warte mal, wir können ja noch mal gucken wegen den Lizenzen. Mein Gott. Oder falsch. Vergewaltung. Lizenzen. 400. Erdnussbutter. Olivenöl. Spaghetti. Naja, wir werden jetzt noch ein bisschen Geld verdienen müssen. Aber spätestens Bogen. Könnten wir das eigentlich machen. Ja, es wird nicht alles gehen. Weil sonst können wir nämlich das Zeug nicht bestellen. Da haben wir dann zu wenig Knete. Ja. Das sieht gut aus. Kaffee, Kaffee, Kaffee ist da. Ja. Okay. Da, da, da. Ja, ich glaube, das haut hin. So, Rechnung. Jetzt wollen die ja noch Geld von uns. Oh, das ist ja gar nicht wenig, was die haben wollen. Hm. Ei, 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 ei. Anpassung. Kommt bald. Okay. Lager. Wenn wir noch nicht einstellen. Ah, so ein Kassiere, ne. Ne, kann ich leider nicht. Das ist ja das Blöde hier. Ganz komisch, ja. Geht nicht. Aber ich weiß, man kann's. Ja, sehr komisch. Das kriegen wir bestimmt noch raus. Gut Tag. Mit Krii war noch raus. Zweimal Käse für den Herrn. Jawohl. 92 willst du wieder haben. Das sagen sie mal. Was ist denn los? Gut Tag. Null. Bitteschön. So, also ich glaube, Kühlregal-technisch sind wir erstmal für den heutigen Tag gut aufgestellt. Wenn es nicht wieder übertreiben hier. Die Schockis. Warte mal, da können wir noch den einen Karton noch leer machen eben. Zack. Weg damit. Äh, oh, die Nudeln. Habe ich denn noch Nudeln eigentlich? Ne, schon wieder nicht. Ei, ei, ei. Hallo. Wenn du Lust hast, dann wollen sie genau das haben. 17,50. So. Dankeschön. Guten Tag. Äh, 5. Das kriegen wir hin. Bitteschön. So. 55,50. Darauf gibt's einen Schnaps, Leute. Null, bitteschön. 74,50. Alter. Ich bin doch nicht ihre Bank. Null. Okay. Der brauchte nur ein Öl. Neun, bitteschön. So. Ist das schön. So. Ähm. Öl knallen wir gleich wieder rein. Wenn mal gerade keiner hier unterwegs ist, ne? So, dann haben wir Susu. Susu wollte heute gar keiner kaufen, so richtig. Ich brauch Nudeln. Nudeln und Brot. Ah, Kaffee. Nudeln, Brot und Kaffee. Nudeln, Brot und Kaffee. Tralala. Ja, kommen Sie erst mal. So. 21, bitteschön. Die Dame. Hallo. Oh, der Kaffee geht ja gerade weg. Wie blöd. Sag mal, ist da irgendwas? Verschenke ich denen gerade? Nö, ne? So, Dankeschön. Null. Da ist das schön. Oh, Dankeschön, dass du dabei warst. Und ein gutes Nächtechen für dich. So. Susu. Du brauchst da kein Ding. Ist doch alles gut. So. So, bitteschön. 28. Oh. Der Kaffee ist doch schon wieder durch. Sag mal. Moment. Ja, ja. Ich bin gleich für Sie da. Guten Tag und Tag. So, jetzt mich da. Hallo. So, Dankeschön. Drei und zwei. Gut, nicht so viel. Das ist schon besser. So, Dankeschön. Jetzt haben wir hier 21. So, bitteschön. Und der Nächste bitte einmal. Nudeln mit der Karte. Ah, das Öl ist viel zu teuer. Ja, weint ein bisschen. Du musst ein bisschen weinen. Dann mache ich es billiger. Null. Bitteschön. Aber zweimal Kaffee kaufen, weil es zumindest ist. Und aber wegen dem Ölpreis jammern. Guten Tag. 42. Bitteschön. Ähm, wollen wir mal schnell. Oder brauchen wir jetzt Nudeln? Reicht das noch für den Tag? Wir haben es halb fünfe. Ah, 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 ah. Das ist schon manchmal ganz komisch hier. Milch, ja. Wie viel Milch kauft der? Ah ja, okay. Hallo. Muss man ja auch immer gucken, was die Leute hier kaufen, ne? Guten Tag. Sieben. Jawohl. Es geht aber zackig von der Hand hier, Leute, ne? Ich bin der geborene Kassierer. Gut, zack. Nudeln und Mehl. Haben wir noch Mehl? Wir hatten da noch Mehl irgendwo. Ja. Jetzt geh doch da unten rein. So, danke schön. Immer schön Platz lassen für den Chef. Ja, danke. Hallo. Einmal Karte, bitte. Jawohl. Zack. Ui. Hallöchen. Und dann auch noch ein paar Weiße. So, danke schön. Es wird schon wieder dunkel bei uns. Und, Moment, Licht an. Zack. Extra neue Lampen für sie eingebaut hier, ne? Ja, die müssten reichen. Ich hab das doch so knallhart durchkalkuliert. Bis zum letzten Kunden. Danke. 26, 50. Eins zurück. Oh, nein. Entschuldigung. Hä? Muss ich sie nochmal abkassieren, oder war das jetzt ein Bug? Oh, war keiner. Ich hab nur den falschen Knopf gedrückt. Da drückst du einmal falsch. Boah, die Nudeln gehen... Scheiße. Ei, ei, ei. Hätte ich doch mal Nudeln bestellt. Hallo. Null. Bitteschön. Zweimal Tee. Zwölf. Oh. Jetzt ist es zu spät. Jetzt kann ich auch keine mehr bestellen. Einer zurück. Nicht, die kaufen mir die ganzen Nudeln weg hier. Oh, Nudeln und Tee und Kaffee und oh. Aber wir haben 1321, Leute. Das ist doch schon mal, ne? Jetzt kauft ihr die letzte Packung Nudeln. Pass auf. Wirst du sehen. Ne? Schnapp sie dir. Komm. Guten Tag. Dankeschön. 35. Wie viel Kaffee kaufen denn die hier und Tee? Das ist ja irre. War es? Jawohl. 4,50. Dankeschön. Nur aus der Kühltheke. 3,50. Bitte schön. Oh, la, 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 la. Dankeschön. 48,50. Wunderbar. So, haben wir denn jetzt noch was zum Auffüllen? Ja, Kaffee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, was haben wir denn hier noch? Ostbrot. Wollte auch keiner so richtig kaufen? Ne? Dann haben wir noch Susu. Susu auch alle. Baba, noch mehr Susu. Haurin. Mann, oh Mann, oh Mann. Das könnte man echt mal richtig auf Vorrat kaufen. Noch mehr Susu nehmen. Das können wir ja erst mal lassen. Die Milch. So, ist da noch was drin? Ja. Ganz vorsichtig, ne? Ganz vorsichtig. So, Wasser. Flop, flop, flop. Okay, das ist auch voll. So, was haben wir hier? Milch. Dann haben wir Eier. Oh, die sind ja auch gut weggegangen. Zack. Und dann, Susu ist voll. Der Tee, genau. Oh, der war ja knapp. Der war ja wirklich vorm Ausgehen. So. Du kommst da hin. Milch, Susu, Wasser. Okay, wir brauchen definitiv ganz viel Käse morgen. Aber ihr, wenn ihr Lust und Laune habt, hinterlasst bitte ein Like, ein Follow, ein Abo, ein irgendwas, ihr gerne hinterlassen wollt. Und dann sehen wir uns wieder morgen zu einem schönen neuen Supermarkt-Simulator-Tag. Juhu. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018